ZY-LO-PHON 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 Nee, ich wünsche euch herzlich willkommen hier Ich, Bahsani, mit meiner Premium-Shotty Vor uns liegt eine wichtige Mission Blackwood Bear erhält einen gewaltigen Angriff in Nordrhein-Kampur Und ist momentan an ihre Partei Welchen machst du denn da? Oh, die, die ganz teure Also wir spielen hier Anubis schwer Ich hab'n Kill mit der Pistol Ja, natürlich hab'n wir keinen Kill, ne Ohhhh Oh, Scheiße Hallo Hallo Wir halten hier aus Ja Ja. Ähm... Schütz mich! Ich bin doch fast tot. So, ich bin da. Hallo? Hallo YouTube! Da sind Schilder. Ich hatte die Hände angeholt. Sorry, schade hier halt. Der Aufklärungsdienst bestätigt für unruhigende Gerüchte. Oberon, lesen. Der war ein Schrauber, den ihr in Schale wohl geholt habt. Ja, dann rüfte doch. Ich möchte meine Pistole nachladen. Wenn ihr den Gleichskarl begegnet, wisst ihr, was zu tun ist. Ich glaube, Durchschlagskraft wäre jetzt ganz praktisch, aber dass der Schaden reduziert. Können wir jetzt mal weiter machen? Ja. Aktiviert. Sehr schön. Bär, aktiviere. Bär, du übernimmst den rechten, nicht übernehmen den linken. Also, wir übernehmen ja meistens die Nazis. Ja, nur weil die Nazis sich auf die Siege machen. Das ist so ein tober Geschützt, Storm. Ich bin gleich down. Geht mir mal jemand? Ja, egal. Bleib hier! Was soll ich machen? Oh, danke. Mich heilen lassen von mir. Ich muss erstmal nachladen. Habit. Ahhhh. Ich lade nach. Ja, Sinn. Mach her. Danke. Der heißt Sunny. Der ist Sunny. Der erste Sunny ist down. Wer rennt denn da schon wieder vor? Oh ne, hier müssen wir alle hier retten. Ich wollte dich schützen lassen. Ich geh mal rechts rum. Ja, ich hab fast gehabt. Einen Moment. Ich füll die Munition nach, bevor wir den Virus einschleusen. Such raus Munition. Nein. Ja, ich möchte erstmal auch erstmal nachladen. Ja. Alter, da unten ist Wasser. Warte, erstmal alle heilen. Sind doch voll. Ja, das riecht manchmal wirklich auf. Ja, das riecht manchmal wirklich auf. Okay. Okay. Bear ready? Bear ready. Soll ich? Soll ich aktivieren? Virus wird eingefüllt. Hilfe! 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 Bear! 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 Ja, ich töte. Oh. Bear! 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 Was? Muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich auch. Ein was? Ich hab jetzt nur das ganze Anfass verstanden, aber naja gut. Oh. Schatty. So. Ich bräuchte Leben. Sie haben zwei sein. Mach ich schon. Ich mach schon. Ich mach schon. So. Ich möchte mich auch heilen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der Scharfschütze schafft nicht mal hier irgendwelche rauszuholen. Der schrot. Der schrot. Schrotty schon. Ja. Wer immer. Komm jetzt. Zack, wenn ich aktivieren soll, ja? Achtung. Direkt hier. Da oben ist ein Sniper. Der visiert mich an. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich muss hochgeholfen. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ganz ruhig. Vorsicht, da oben ist noch der Sniper. Wir sehen. Ja, ich bin jetzt reingewascht. Das ist schlecht. Okay. Alle ready? Nein, ich bin noch nicht. Okay. Und. Wie widerliegen. Ich hab kaum Munition. Einen Moment. Nee, ich möchte aber, dass Paul die Punkte kommt. Ja, echt mal. Mensch jetzt, wem fehlt denn Munition nach dem dann? Ja, ich hoffe, dass du gedacht. Achtung, hier kommt der Turm. Geh weg da! Nein, es ist keine Cobra. Cobra kommt später. Das ist irgendwie so ein bescheuertes Film. Geh weg. Ich bin... Cobra. Doch. Hier, äh, wäre nicht verkehrt, wenn ich mal Leben bekommen würde. Ja. Der Bär läuft mich hier im Weg. Ich wollte hier auch mal einen Kill machen. Oh, geil. Das war knapp. Danke. Alles voll bereit. Let's go. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Aber es ist auch für mehr oder weniger. Ich komm hier erstmal nur... Nicht aus dem Killen raus. Da ist die Schotti mal praktisch. Oh, jetzt passt auf. Hier sind Minen, ne? Ja, was ich dir mal noch zeigen wollte, hat jemand schon mal das Quietschehändchen da hinten bemerkt? Ja, guck mal. Da ist ein Quietschehändchen. Die Schottie ist das präziseste Werkzeug, der kann... Paul! Der Geschützzone kann mir gar nix. Aber die Schildtypies, ne? Kann mir auch gar nix, ich hab ein Team. Dennis, ich geb dir eine Idee, schieß auf die Füße. Da war einer tot. Ich mach das. Ja, auf dem Wasser wiederbeleben wir doof. Ich hab ne Idee, durchgehend Dennis heilen. Dennis, du schießt, ich heil dich durchgehend. Hinter uns gab es einen, aber der ist ja auch nicht. Paul kümmere du dich um die anderen und ich kümmere mich um Dennis und ich. Dennis kannst ruhig schießen, ohne dich zu bewegen. Ne, genau, nehm dir und heile dich jederzeit. Hab ich gesehen. Ich in den Rauchrein. Ich in den Rauchrein. Ich in den Rauchrein. Irgendwo könnte... Ich sagte doch, nicht in den Rauchrein. Dort. Kann ich mal aufpassen? Achtung, da ist schon wieder einer im Geschütz dran. Wartet mal kurz, ich fülle meine Muni aus. Und ich meinen Schutz. Meine neue Weste will ich jetzt hier auch ausbenutzen. 300. Achtung, da oben ist ein Sniper Dennis. Warum lächelt der mich an? Dennis, du... Oh. Der war schon weg. Der Raketenübis runtergefallen. Der wollte mal Albelie fucking Fleisch spülen. Pass auf, fahr auf die Meme, ne? Der rennt schon wieder so weit vor. Guck mal, die kuscheln. Vorsicht, da ist ne Mine. Da oben ist ein Raketenwerfer tuten. Aua, ich bin tot. Wer ist tot? Ich weiß jemanden. Mal gucken, ob ich den wieder belebe. Darf ich versuchen, Defibrillator-Kill zu machen? Nein. Das bringt dir nüsch, das bringt dir keine Erfahrung. Mano. Fick dich, Paul. Hä, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab keine Muni mehr. Bitte, schau die einmal auch gesprungen. Paul, ich brauche Munizieren. Ich auch. Bis nicht da eins ist. Kannst du mal stehen bleiben? Ich bin hinter dir. So. Du hast einen übersehen. Da ist noch... Achtung, genau hier unten. Drei bei. Die. Ich bin da fertig. Der ist wieder eine rolle. Ich bin da bloß. Ich bin da seit dem Mal. Ich bin dahin. Ich bin da. Ich bin da. Aber ich bin daen.